Frau Kelly, was ist Ihnen heilig? Mir ist Zeit heilig. Zeit für die Familie, Zeit für Gott. Zeit auch mal einfach mal hinzuhören. Und ich glaube, das ist auch das, wofür uns vielleicht die Engel beneiden ist. Wir haben auch Zeit, Fehler wieder gut zu machen oder mal ein Umkehr. Oder auch aufzubrechen, was zu verändern. Und Zeit ist das, was eigentlich das Leben auch so kostbar macht. Vielen Dank. Qu'est-ce qui est sacré pour toi? Pour moi, ce qui est sacré, c'est le sacrement du mariage. Et c'est ma femme, ma famille, mes enfants. Merci beaucoup.